Hohoho, frohliche Weihnachten bei TTT mit den Axel, den kleinen Elfen, Mr. Vanva, der Knast Ruprecht, Riba, Nikolaus, und La Voka, die Frau von Weihnachtsmann. Ja, hallo. Das Schlimme ist, ihr hört das lauter als ich, weil ich höre das gar nicht. Ja, viel zu laut. Gut, dass du es ausgestellt hast. Dafür fliegt es. Huch. Der hat auf Navo gerade gesniped. Ich habe auf Navo geschossen, der hat mich da runtergeworfen. Hab ich nicht. Das war nicht, du Dreaper waren das. Also. What? Dort? Ach, da fällt ein Exo von mir. So, hier. Habe ich. Wieso fliegt der? Wieso fliegt der? Was ist denn mit Hexen los? Wie ist es, wie ist es denn? Ich bin in den Ruh. Er ist eine Hexe, verbrannt ihn. Okay. Okay. Das ist ein Webfeature. Das ist ein Webfeature. Das ist ein Webfeature. Okay. Ich fliege auch durch die Gegend. Wäääh. Huih. Au. Live bist du tot. Ja, bei mir ist ein Sprung. Und tschüss. Wäääh. Bump. Zum Teufel. Na, wo will mich denn? Nein. Da läuft der Last Christmas. Oh. Last Christmas. I gave you my heart. Oh, last Christmas. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Ah, stay. So schlimm war das doch auch nicht. Ach. Sehr schlimm. Hier, ich werfe die Last Christmas runter. Ja, jetzt bin ich hier. Oh, hier sind ja bessere Waffen. Ja, komm, lass uns bessere Waffen. Ne, was weiß ich. Ah, Nabokka ist hier. Pass auf, Nabokka ist es. Nabokka hat auf dich geschossen. Ihr seid es doch beide. Nein, die hat auf dich geschossen. Ja, ja, ja. Oh, da läuft Musik. Da läuft, was? Musik. Ich hab was Falsches verstanden. Huch, Aua. Was? Das ist Nabokka? Nabokka ist es ja nicht verflucht. Was ist denn hier los gewesen? Wann war das doch eigentlich schon klar, dass alle tot sind, oder? Ja, eigentlich nicht. Ja, doch. Ich habe jetzt die Kneipe und bin danach in den Tod gesprungen. Ich wurde öffentlich ermordet und in den Weeple ist auch auf dem selben Ding gestorben. Und da liegen zwei Leichen unten. Hm, wer könnte es dann sein? Das waren bloß Schneeengel. Den Leichen habe ich ja nicht gesehen. Ja, und das nicht tot gewusstest du, ja. Ja gut, dass du tot bist, warst du da. Ja, und Weep hat gerufen, dass er tot ist. Er hat gesagt, beim nächsten Schwung sterbe ich. Rächt jemanden zu? Ja, du anscheinend bist, ist klar. Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Oh, oh, jetzt geht's los. Exo, wo war das Feature? Das Feature ist, wenn du zwischen zwei Steine springst, dass du dann runterfällst. Aber gut, du musst halt einfach nur zwischen die zwei Steine springen. Warte, soll ich es dir zeigen? Also ich gehe jetzt erstmal hier zu Last Christmas. Ja, das ist ja. Ähm, warte mal, wollt ihr euch da, wollt ihr euch da hinstellen und ich spring wieder von oben runter? Ja, äh, Weeple habe ich mal gerade kurz erschossen. Warum hast du ihn erschossen? Naja, ich habe so ein Getränk gehört. Ja, das sei auch gut. Und da waren nicht so viele Menschen. Warte, ich dachte, ich wäre allein. Wir schruben, okay, gut. Äh, wann mal kommt's da raus? Ich will da wieder hoch und runter springen. Ja, warte, ich schmeiß noch die Lechle in Sicherheit. Und ich schmeiß ihn dann auf Last Christmas hinterher. Ja, ich schmeiß die Lechle in Sicherheit. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Damit er auch in Ruhe singen kann. Kommst du? Ich sterbe hier gleich durch Snail. Kommt ihr, na wo, Snail kommt ihr auch? Gleich. Was ist denn los? Weihnachtsfest? Weihnachts-Bummel? Ja, Weihnachtsfest. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt's denn manchen wie Pallein. Gut. Kommt ihr hierhin. Kommt ihr alle Versammlungen. Große Versammlung General. Warte, warte, warte. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich verpasse was. Oh nein. Seid ihr jetzt? Ja. Dürfen wir den Weihnachts- Wann war? Wann war? Ich muss die Musik mitbringen. Ich bringe Musik mit. Der hat den Flopper getrunken. Oh doch, ich bringe Musik mit. Ich werde extra einen Flopper getrunken und will uns gleich so tun. Das war's Christmas. I gave you my heart. I gave you my heart. But the very next day. So. Oh. Warte Scheiße. Kann ich mich fangen? Puh! Das war so klar. Oh. Die Sau-Echse. Irgendwas ist mit deiner Leitung mal wieder. Ich. Ich. Keine Ahnung, was dir gerade abgeht. Ja, du hast auch den Zweithöchsten. Also ich bin auf jeden Fall mit dieser Karte zufrieden wegen Last Christmas. Und wegen der Beleuchtung. Und wegen der Beleuchtung. Aber bitte nicht noch mal sing, ey. Das war ja grauenhaft. Das war ich grauenhaft. Was? Ich fand das toll. Ich geh jetzt mal wieder den Turm hoch und geh wieder einen saufen. So tschööööö. Viel Spaß. Ich bleib bei der Beleuchtung. Weeper seuf! Weeper seuf! Weeper seuf! Weeper seuf! Da seuf wirklich einer. Wissen wir nicht wirklich, dass Weeper Alkoholabhängig ist? Also es ist ja ein öffentliches Geheimnis. Exer hat gerade gesoffen. Ich war neben Wanwan. Wanwan es auch. Hinten bei den Steinen ist gut, ne? Okay, Wanwan und Exer sind. Ne, ist auf jeden Fall schon mal scheintot. Wo bist du denn dann? Abo. Ich hab dich nicht einmal gesehen, die Runde. Nein, aber du hast die ganze Zeit drüber gelabert beim Trinken. Deswegen dachte ich, okay, du bist das. Und Wanwanwan nimmt dich in Schutz, also seit ihr beide das. Ach, das ist der einzige Grund. Nein, geh weg! Ich? Das sind nur Schutzgelder, die er gezahlt hat. Achso. Achso, okay. Alter! In Form von Credits. Hey, warum bist du scheintot? Wie romantisch begübeln. Ne, ist scheintot. Warte. So ist er ganz tot. Telefon, Exer ist es! Und wer hat angerufen? Also, Wanwanwan. Ja? Dass du immer Exer anrufen musst. Genau in der Aufnahme. Ja. Sowas macht man nicht. Hä, what? Wann? Ach, der ist runtergefallen. War. Wow. Wieso muss sie leicht hier runterfahren? Äh, weißt du wo sie ist? Ich? Äh, warte. Ähm. In dem roten Häuschen. Was? Echt? Also, beziehungsweise gerade auf dem Weg, äh. Also, direkt vor mir. In meinen Kugeln. Nein! Nice. Ben! Äh. Da fällt mir grad auf, ich hab die Slowmotion nicht gebeindet. Haha. Ja. Und ich werfe euch noch das Radio runter für die schönen Musik. Ja. Äh, warte. Was muss ich noch mal eingeben zu beinden? Äh, bind, dann das was, also bind, Leerzeichen, das was du haben möchtest, der Knopf, und dann nochmal ein Leerzeichen und dann Slowmotion mit großen S und großen M. Ach, großes S und großes M, okay. Ja. Und in einem Board natürlich. Jo, das ist mir voll klar. In einem Board. So. Exx, hast du mir ne Bombe angeheftet? Ich piepe! Ja, der rügt. Warst du piepst? Das ist eine sau-schlechte Liebe. Bei dir piepst's wohl. Aber kennt ihr diesen Begriff, Piepers, oder wie das heißt, für Sonnenblumenkerne? Also unter einem Pieper verstehe ich irgendwie eher so ein kurzes Getränk, aber okay. Unter einem Pieper verstehe ich was anderes, aber ist okay. Oh, was ist das, was? Boah, erstmal die Buss. Oh, wer hat da geschossen? Was? Erschießt Weeper. Weeper hat ein Radio benutzt. Der Snail hat hier oben gerade so extrem geshoppt. Was? Nein. Hallo, es ist Weihnachtszeit. Snail muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Alter, keine Diskussion! Oh! Oh, 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 oh. Exx ist weg. Oh, oh! Oh, oh! Oh, come on, infinitly hour! Oh, mana! Oh, eli, dat hier! Oh, 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 esse! Oh, 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 oh ol'流 oh! Oh, oh no! ab runter ja okay die erste die rauskommt das ist nervo schießt sich auf den zweiten schießen hinter dem haus schade das war so witzig ich bin oben aufs dach gekommen und ich bin irgendwie übers geländer geflogen zuerst und stand außen hinterm geländer am turm und dann ist die diskussion gegangen ich hab keine ahnung mehr wie ich übers geländer drüber gekommen bin auf jeden fall keine ahnung ich glaube ich bin übers geländer einfach drüber geschwungen und hab's dann irgendwie überlebt und da karte diskussion lass mich da rein lassen nein warte du wirst mich da rein hast du hier durch ich ob es ob es benutzt wie bei jetzt slip einlagen nie nicht wirklich und hier was aufschauen wurde ich okay lügen über lügen lügenpresse die näher hat er die punkte kann jetzt die punkte nehmen können er hätte doch komisch geguckt wenn ich zu deiner leiche marschiert wäre du wolltest ihn konfirmen also soweit naja naja na so ist das nun mal bei mir ist ja doch mal einen schnellen triggerfinger wieso sehe ich denn hier niemanden ich bin hier ganz allein im schnee sind wir gerade bei dem haus leuchtturm unten bei der pute von panne der war eben auch exe fliegt nö sollst du fliegen komm stell dich hin fang mich ich hab wieder einen flopper getrunken du musst du musst noch mal ich glaube hier liegt es auf dem turm ex ist tot ich glaube das ist eine slam also oben auf dem turm war jemand gerade hier ist noch eine slam hier sind drei stück glaube ich krass krass kauft man nicht sonst nur zwei ich weiß nicht oder gab es jetzt im vorteilspack bist du weit nach zimmer angebot hm ist natürlich was ganz feines ich glaube ob jetzt die man sich nur einmal oh und hier ist noch ein radio hier hat der traitor aber richtig eingekauft christmas hier da weeper die slam hm ich seh sie die dumm die dumm huch ein bisschen rauch oh Friendship ein Friendship ein Friendship äh ja wann war das habe ich gesehen was hast du was hat er gemacht ich bewege mich lieber mal nicht aber kommt bitte nicht in leuchtturm oder treppe hochtreppe runter ich bin hier da scheiß mucke nervt was sagt ihr denn jetzt ich bin verwirrt also wann war ist es hundertprozentig ja hundertprozentig und du auch wieso warum machst du sowas Bist du Pfefferminz-Tee etwa? Du bist der Tee Ich bin nicht Tee Mit Wann war zusammen bist du Tee? Nein, Wann war leb noch Er versteckt, er sich wegen Quenzen NAAAAAAA Helfen, Dennis Wann war er schon tot? Ich weiß nicht, wie ich gestorben bin Ich bin plötzlich umgefallen Wen hast du denn bitte getötet? Da steht, Dennis, da war noch mehr ein Stück Single Indocent Aber du konntest doch gar keinen getötet haben Ja, ich bin ja auch einfach nur umgefallen Herzinfarkt, plötzlich tot Wirst du in den Friendship-Effekt gegangen? Weißt du, ich hab diese Melleme eingesetzt Dann sagt Narvo, ja, ich hab das gesehen Dann bin ich umgekippt Das müsstest du mal aus meiner Sicht sehen Oder alles? In dem Chat stand, dass du Traitor bist Ich war da zur AFK, aber ich hab nochmal nachgeguckt Im Chat stand, dass du Traitor bist, wenn du jemanden umgebracht hast Also du wurdest gepostet im Chat Du bist selbst als einziger gestorben Ich hab mich selbst getötet Das heißt, du konntest gar keine Überwachung haben Ich bin durch die Mellemein gestorben nachher Weil ich hab versucht, die zu entschärfen, aber es ging nicht Aber in dem Zeitpunkt, wo man im Chat stand Warst du noch am Leben? Ne Doch! Doch, als er im Chat war, da war ich gerade gestorben Vorher stand er im Chat Echt, in der Tat wurdest du mir noch ans Leben da gezeigt Ne, muss man aus meinem Blickwinkel mal sehen Ich stand da genau Hier in der Ecke, so unter dem Turm Und es war gerade neblich What the fuck? Hä? Der ist jetzt hier gestorben, aber ich hab Der wurde back in general sniped Der wurde gesniped Oh my god Der hat jemand direkt beim Aufkommen weggesniped Alter Der auf dem Turm ist es, würde ich mal sagen Der hat da bestimmt irgendeine Mine passiert Er wurde weggesniped mit ner Rifle Ist überhaupt jemand auf dem Turm gegangen? Es muss Reaper sein, weil Wanda hat ne andere Waffe Ich hab ne Gali, die stand gerade unten neben euch Ich hab nur ne Diegel, ich hab keine Primärwaffe Ja, und Axel ist Wanda war läuft gerade mit ner Shotgun-Anarmee vorbei Ich hab ne Fy Ja, meine ich ja, Axel ist zu nah auch dafür gewesen Also zum Facecomför Der ist direkt neben mir Ich hab in dem Moment mit ner Diegel geschossen Und dann wollte er neben mir weggesnipen Hier ist aber keiner Ja Dann war er nicht oben Dann hat er von woanders geschenkt Wo er ist Ich hab nur kurz das Radio getötet Ach so, gut Also für mich sind die Möglichkeiten bei Navo oder Weepa Ich stand auch eben unten mit meiner Gali neben euch Ja, das hab ich ja nicht gesehen Ach so, aber Axel hat mich glaube ich gesehen Ich hab dich in dem Moment nicht gesehen Ich hab nur halt gesehen, dass Snail gestorben ist Also ich könnte nur das Alibi für Snail Ja, und ich hab gesehen, dass wir nur ne Shotgun hatten Ja, und du bist halt wirklich zu schnell da Das funktioniert ja Ja, Reepa hat jetzt auch ne Shotgun Oha, was da wills Ich hab die ganze Zeit nur ne Diegel und jetzt hab ich mir ne Shotgun geholt Du hast ne Rifle hier, du hast die Rifle grad da hingelegt Da liegt ne Rifle mit einem Schuss weniger als den Wo du grad rausgekommen bist Streetfighter, das ist so klar Warte, 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 da fällt mir ein Button ein für Reepa, ich bin gleich tot, ich bin tot Unglaublich hier, immer diese Blödsäule, Banarerei hier Bin sowas von Inno Jetzt kann ich die Button nicht ändern Jetzt bin ich aber enttäuscht Ich höre Fische Jetzt werde ich so schön Objection anmachen Aua Ach, na wohchen Hä, ich hab die Gali, hörst du? Gehört? Ja Oha 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 Verdammt Hast du das echt nicht überlebt? Okay Oh Wo ist das Radio davon? Wieso höre ich denn hin? Cyber kommt Wo ist das Radio hin? Die Stimme aus dem Jenseits sagt Ja, ich weiß, ich hatte ihnen geschrieben gehabt Also wenn er Zeit findet, soll er kommen Also wenn es ihm besser geht, so Okay Da läuft ja Jingle Bells auch noch Bitte, wo war's denn? Was sagt unser Timer? Äh, unser Timer sagt 18 Alles klar Jingle Bells, Jingle Bells Durchsage an alle Cyberbots, falls du mich da oben hörst, kannst runterkommen, wir sind mitten in der Aufnahme Ach, das ist das, wenn's rot leuchtet im TS Ja Das Mist tut Du warst schon an mir vorbei Da wird hier einfach rumgewispert Ghost Whisperer Ja genau, Ghost Whisperer Ghost Whisperer Ghost Hunter heißt das Ghost Hunter heißt das Ghost Whisperer heißt das anders Verflucht, jetzt hab ich hier keine und hier nicht nur ne Deagle rum, ey Was soll denn der Scheiß weg mit dem Kreis gehen? Tschüss Tschüss Da weiß er das einfach nicht zu schätzen Im selben Moment, wo Snape weg ist, schieß ich mir der Deagle 2m D Nur die Schlacht durch irgendeinen Bug hätt ich ihm Deagle headshot gegeben Mein Schuss auf Snape war so genial Ich guck unten nur Traitor, Snape wird verlangt, alles klar, er springt runter, BAM! Freitag Aber das ist ja so offensichtlich, da geh ich noch in den Raum rein, wo du mit der Schotti rauskommst, da liegt eine Rifle mit einem Schuss weniger Alles klar Ja ne? So, um das vielleicht mal diesmal zu beseitigen, was habt ihr denn für ne Waffe? Weil ich hab ne Auge Ich hab nur ne Diegel Naja Zweitwaffen können alle sagen Diegel und PAM Shotgun Du hast irgendwas anderes noch in der Hand, weil sonst du bist radium Aua Gibt's hier noch? Äh Ich glaube das hat weh getan Ich glaub auch das es weh getan hat Seid mal ganz ruhig Da ist das Radium Da hat einer gesaugt Aua Hier Waren wir auch Wieso soll ich das sagen ganz ruhig wenn ich dann saufe Nabo und ich waren live live Also von daher wenn Nabo jetzt wieder full live ist ne Ich bin full live Ich bin full live Ich bin full live, hatte aber noch kein Damage Und ich kann hier runter springen, Reaper Auch full live, aber hat halt nie Damage Okay Nabo ist immer noch badly wounded, ich bin immer noch bei 32 live Ich kann beweisen dann Und hat irgendeinem PHD gesoffen, entweder das Nex oder Waren wir Oder ich Ich beweisen dass ich kein PHD gesprungen habe Ja ich hab kein Damage bekommen, scheiße ich wollte Damage kriegen Ja dann springen wir erstmal durchs Loch Also ich bin hier beim Radio Das kann ich auch machen Dann verlieren 50 Damage Na und? Wir sind alle leicht verletzt, also Hup, da ist Oh warte mal ich mach mal nen Wiimax Kommt was? Ich komm mal runter Aua Was ist das denn? Aua Was? Achso Hm Es ist so nicht klar Ach da hat er ein Dead Ringer Was? Nein Was denn der Snae war's? Ich nicht Achja ist er nicht, als er lebt Ne 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 Aboka Aboka lebt Sie lebt auch Lass dich nicht verarschen Er hat einen märderischen Plan Wille dich umbringen Da muss auf aufpassen Ach ich kann mir ja mal da kaufen, stimmt ja Ach, da versteckt er sich da. Das ist Christmas! Nau 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 na. Er liegt da, da. Ja, wo ist der Punkt denn. Ah da, okay. Na, bewegt dich ruhig. Ja, lad ruhig nach. Ah! Ah, wo ist er denn? Scheiße, weg hier! Ah, weg hier! Ich schaue so! Nein, ich schaue! Warte, er ist ja wieder nach oben gegangen. Frechheit hier. Warte, komm doch hoch. Na komm doch hoch. Ah, ist christmas. Oh, Reiner oder dein? Wer kommt denn, komm hoch? Du musst zu mir kommen, eine Minute hast du noch. Ich weiß. Ich weiß. Vielleicht bin ich auch schon über dir, guck mal nach oben. Guck nach oben. Ja, da ist keiner. Doch, da ist einer. Oh! Das war eine Silenced-RP. Wie mir ist dir aufgefallen, was du für ein Fail gemacht hast? Hi! Hey, der Cringe ist da. Du hast Vanva weggesniped, obwohl Snail mit dem Flopper runtergeschwungen ist. Hä? Ich hab überhaupt keinen abgeknallt. Ich hab nur dich abgeknallt, Hexe. Hä, du hast Vanva weggesniped? Ja, mein ich ja. Ich bin einfach gestorben. Echt? Moment. Moment. Konsole kann regeln. Moment. Du hast mir dein Scout geschossen auf einmal, aber Vanva tot. Ich dachte mir, so kurz beschwere ich mich jetzt. Du hast zweimal auf dem geschossen sogar. Na gut, aber Vanva war Traitor. Jetzt hab ich dir richtig getötet. Aber er hat ja nichts gemacht. Snail mit dem Flopper ausgeschwungen. Und dann ist er... Nein, irgendwas schlug aber neben mir ein. Ja, das möchte ich bitte zur Gewissheit haben. Ich konnte nicht frei raus sehen, wer. Mano. Ja, weil Snail mit dem Flopper war. Tut mir leid, Vanva. Da kommt jemand mit dem Flopper neben dir runter. Du drehst dich um, es leidst erst mal vor der Karte. Vanva weg. Snail mit dem Dead Ringer nehm weiter. Nehm vorbei. Nein. Der ist gleich dran. Ich frag, wann er da noch so Vanva hattest du einen Flopper? Ja, das ist nie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil Snail hat er auch einen. Ich dachte zuerst, er hättet beide einen. War! WANVA! Wie geht's dir Salva? Wie geht's dir Salva? Äh, kurz vorsterben, aber sonst geht's. Ja, warum machst du denn da mit? Ich hab doch gesagt, nur wenn's dir gut geht. Hey, meine Kopfschmerzen sind weggekriegt von meiner Nase. Achso. Die ist zu wie A. Ja, das hören wir. Danke. Die ist zu wie A. Das ist eine Aussage, die ist zu wie A. Ah! Ah! Im Turm liegt eine Melonenmine. Wer hat denn die geplantet? Vielleicht war doch gar nicht oben diese Runde, ne? Das war ein Melonenmienplanter. Als ich hochgegangen bin, war doch keiner da. Da bist du gerade explodiert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ne, es war eine Brand. Lebt's noch? Ja, ich leb noch. Eine Brand ist explodiert. Ich weiß nicht, wer sie da hingelegt hat. Ich hab Navo grad neben den Turm gesehen, aber ansonsten... Jemand müsste es leer sein, der oben ist, oder? Ja, ich bin oben. Hallo? Ach, du bist oben und die hat jemanden... Ja, die Millionenmine ist hinter mir geplantet worden von irgendjemandem. Und ich weiß nicht mehr. Navo ist grad von unten vom Turm gekommen. Ja, es wird vor Navo direkt. Ja, und wann war er an der anderen Stelle? Du hast den Mann... Oh, Christmas Island. Oh, okay. Wo ist... wo ist Snail eigentlich? Oh! Äh? Er wurde gesnippert auf mich. Ich hab Angst. Ja, es muss ähm... Es muss Reaper sein, oder Snail. Vielleicht hat er auch gelogen mit der Melonenmine. Kann auch oft sein. Seid mal ganz ruhig. Okay, ich dachte, ich hätte einen Klinglerz. Ich guck nach. Hast du die Dinge? Liegt die oben? Liegt die oben? Liegt ziemlich weit oben. Ich kann gar nicht komplett weit runterlaufen, ohne dass da eine Scheiß-Melonenmine auftaucht. Oh, du hast die selbst gesetzt. Das kann auch sein. Ja, klar. Dann sag ich euch Bescheid. Hey, im Turm nicht eine Melonenmine. Warte, ich geh proven zu machen. Super, das ist doch voll sinnlos. Was bringt mir das denn? Oh! Oh! Ich hörte jetzt. Ich hörte jetzt. Ja, ich hörte jetzt. 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 Aufzug, Aufzug. Achso, stimmt ja. Den hab ich voll vergessen. Oh mein Gott. Geil, der Typ heißt. Pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf Exioten sind in Turtles. Habt ihr schon mal bei dem Aufzug von unten rein geguckt? Da ist Gabe Nuvel, wie der Typ heißt. Was? Der Typ von Steam. Ach ja, stimmt. Gaben. Nur auf der Map. Nur auf der Map. Da obwohl die Melonenmine könnte weg sein. Also ich kann zumindest ziemlich weit hochlaufen. Ich glaube, diese Melumine hat niemals existiert. Das kann natürlich sein. Gehen wir hoch? Nee, dafür ist mir mein Leben trotzdem noch zu wertvoll. Hey, hier säuft einer was. Wann was trinkst du? Nee, ich bin ein Glühwein-Uhr hier am Haber. Das ist vielleicht Echse oder so. Echse? Er hat auch so gelacht. Ah! Jemand snipet. Offenes Gelände meiden. Ja, offenes Gelände meiden. Ja, gut. Geh an der Hauswandbahn. Es ist... Wo ist der? Weeper. Ja, ach. Ja, wer weiß. Ich traue das auch anderen Menschen zu, außer mir selbst zu snipern. Ich habe Vertrauen in die Menschen. Okay, Weeper ist auf jeden Fall T, weil er hat mich als Target. Woher willst du das wissen? Du wüsstest sonst nicht, dass ich in diesem Haus war. Wenn du in dem Haus war. Gute Aussage, dann muss ich ja den Rest absuchen. Ah, da wo? Ah! Nein, Weeper lebt immer noch. Na wo? Oh! Autsch! Reeper, ich... Reeper, ich war sogar kurz davor... Ich war sogar ganz am überlegen, warte mal, Reeper muss ja die Turtles gelegt haben, weil es ist keiner nach oben gerannt, der sie hätte legen können. Die anderen beiden... hinter mir geplantet. Ich lauf grad runter und sehe es nur noch so ganz kurz vor mir aufploppen. Echt? Weil in dem Moment, wo sie explodiert sind, war die anderen beiden, habe ich die anderen beiden, glaube ich, in Sicht gar verholt. Ich bin davon ausgegangen, entweder Reeper ist es, oder Snae steht irgendwo auf der Zip. Naja, aber dafür haben wir ja wenigstens jetzt schon mal eine gute Aussage für den Lügenparoden. Ja, ja. Ja, ja. Das... Dafür musst du echt Lügenparoden werden, für das was Zugart gemacht hast. Ich fand's cool. Das war echt perfekt. Erstmal auf mir einen kleinen Notizzettel aufschreiben. Ich hab meine Diegel geklaut. Ich hab keine Diegel, ich hab eine Glock. Ich hab die Diegel, aber ich hab sie dir nicht geklaut. Ich war zuerst da. Jingle bells. Jingle. The way. Weiter kenne ich den Text nicht mehr. Wann war es so doof? Hey! Alter! Jetzt ist es ein Sniper. Sniper. War doof. Das wär gut. Ich hab gerade meine Sniper gelegt, aber ich bin nicht auf dem Turm. Bleib einfach gar nicht. Ich bin krank. Ich kann nicht so schnell. Da, 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 da. Ich hab das Sniper, aber ich bin nicht auf dem Turm. Cyberbot hatte auch eine. Ich hab das Sniper, aber ich bin nicht auf dem Turm. Cyberbot. Cyberbot ist es. Ich hab den Sniper. Cyberbot? Ich hab den Sniper. Ich hab den Sniper. Komm, spring wieder, Sniper. Los, General. Oh, Neil. Ähm. Hi. Ähm. Los, komm, General. Was denn das ist eh. Auf ein nächstes. Willst du wieder Diskus runterwerfen? Wenn du springst. Ja, ja, die sind ja hier oben verboten. Ich will zusehen, Sniper. Komm, ich will zusehen, ich sterb doch eh wieder dabei. Du weißt, dass du dir eigentlich gleich ein Scherpuss an eigener Magnitostik runterwerfen könntest. Könntest du wiederverwenden. So macht's ja mehr Spaß. Das fliegeläutern. Das war aber haarscharf. Wow. Wer wirft denn hier die ganze Sniper? Das ist scharf. Das ist Reaper. Hallo. Au. Hey, warum schützt du da woher? Er hat mich gang gesnipt. Reaper? Was denn? Hey. Der auf dem Turm. Der auf dem Turm. Komm. Her. Bleib ein Fuß. Auf dem Turm sind Reaper und Cyber. Da geht aus dem Mix. Reaper hat geschossen, oder? Ja. Zwei Stück waren aber auf dem Turm. Ich glaube, ich darf und ich wurde angeschossen. Da. Wer da. Das ist der Teor. Reaper hat mich angeschossen. Alter, der hat mich schon wieder angeschossen. Ja, ich könnte mal dann sagen, Reaper, ne? Ja. Da riecht mir der Tiegel auf mich. Das ist voll unfair. Nur eine Pistole. Aus Reaper, aus. Ja, du hast mir Angst gesnipt. Was hast du denn jetzt hin? Was ist dein Angst gesnipt? Mir hast du auch angesnipt. Los, mach ihn mit dem Backstein fertig. Oh, diese Backstein ins Gesicht. Wow. Hallo Snake. Sind es alle Menschen tot? Oh, hier ist einer. Hier ist wirklich irgendwo einer. Ja, ja, ja. Ich sehe die Leiche. Ich sehe die Leiche. Ich sehe die Leiche. Snail ist runtergefallen. Ich habe die Orientierung verloren. Ja, Fallschaden. Aber Reply ist es eh oder? Er fällt. Au. Okay, er ist es nicht. Wer hat mich denn schon wieder angesnipt? Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Ja, dann seid ihr es, oder? Ne, es leben noch vier Leute. Zweiter von The Traitor. Scheiße. Wow. Zweiter von The Traitor. Was? Nein. Wann lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Na, wo lebt noch? Ja. Ich lebe unten rum. Ich bin scheintot, weil mich irgendwie... Warte, 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 warte. Na, wo verfolgt mich? Na, wo verfolgt mich? Ich bin eh fast tot. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du siehst ja wohl, dass auf mich auch zweimal gesnipert wurde. Ja, von Reaper und Reaper war innocent. Das sagt überhaupt nichts aus. Ja, Entschuldigung, ich habe das nicht mitbekommen, dass er innocent war. Oh, oh. Warte, 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 warte. Ich hab mir leid, Freunde, aber das war gerade wirklich mal meine Random-Runde. Ich habe auf alle mit der Piste geschossen. Ja, und da hat er auch die Konsequenzen zu geben. Du hast aber gerade wirklich noch geschossen. Dann habe ich mich auch in den Tod gestürzt. Nein, weil du hast aber gerade wirklich noch... Nein, ich habe nach dem, wie gesagt, der Bande war ist, die Taube noch geflogen und dann war ich tot. Ich habe so schon geredet, bis die Taube eingespart hat. Nein, ich glaube nur, ich habe die zuhört. Schieß den hier mit dem armen Baum da. Das war ich gerade mit der Diegel. Dem Schneemann da, dem Kopf vom Schulter. Das war ich mit der Diegel. Und der arme Schwaum da. Mann! Schwaum? Schwaum? Schwaum, Schwaum. Genüge. Kennst du Schawarma? Guck mal, ich habe hier ein neues Gesicht gemacht. Schakelter. Ohhhh. Was? Mit den Folgen? Wie kannst du dir meine Farben unterschrecken eigentlich? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihm auch ein Gesicht gemacht. Das ist aber kein Rapschuss, manchmal süß. Ach ja, süß. Er hat mein Kunstwerk zerstört. Menschen, überall Menschen. Exa hat mich angefackelt. Ich bin nicht mal bei euch. Ja, ja, ja. Ich bin bei den Reifen, die ich habe. Oh, Reifen. Toll. Sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Ich habe eigentlich keine Gummi. Oh, Reifen. Alter, da. Wanva hatte doch gerade eine Bombe in der Hand. Nein, ich habe eigentlich nur hier eine Bank in der Hand gehabt. Und die da reingeworfen. Ja, Wanva. Wanva hatte eine RSV in der Hand. W-w-wann hast du denn da? Das ist eine RSV? Hey, Leute. Wir haben die Mondstickybomb. Ah. Hey, Leute. Wenn wir spüren, eine Ballonbombe auf dem Turm. Die kommen nicht runter. Das ist ein Arsch. So. So. Was? Ein bisschen Gummi verbrennen. Au. Ich habe dir angeschaut, weil ich mir 16 Schaden gemacht habe. Weil ich einen Reifen jetzt vorher geworfen habe. Da kann ich doch nichts mehr. Du hast dich abgeworfen. Ich bin hier beim... Mide. Oh. Cyber. Ich habe gesagt, Mide im Turm. Ich habe gesagt, Mide im Turm. Warte, ich bin fast tot. Cyber ist es. Ja, das könnte mir... Wo ist mein Fass? Gediegen sein. Wo war der Zauber? Warte, ich spiel Rambock mit dem Fass. Mach was. Mach ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist tot. Achso, klöten. Erschossen. Ja, die Headshot. Snail, weg da. Snail hat ihn confirmed. Okay, aber... Ähm. Also... Axel ist... Confirmed. Ich bin confirmed und ich bin eh fast tot. Also... Ähm... Ja. Willst du die Leiche wegwerfen? Wie? Die kannst du ja eh nicht rausschleppen. Kann man nicht? Nö, kann man nicht. Achso. Ähm, ich denk eh, dass es Vanva, oder? Warte, was mit Navo, Navo. Ich leb auch noch, ja. So ein bisschen Brandbeschleiniger noch rein. Ich bin proven, ne? Ja. Und was mit Snail? Snail ist nicht proven, der hat nur confirmed. Okay. Aber Axel ist... Wo ist ein Weeper gestorben? Keine Ahnung. Ach, der ist durch die, durch die Bombe, ja, ja, ja. Stimmt. Ja, ja, genau. Da war ja was. Axel, soll mal fliegen? Snail, spring von oben runter. So mal fliegen. Spring von oben runter. Spring runter. Weg da, weg da, weg da, weg da. Aufpassen. Und man hat diese Flopper gefahren, ne? Ja, kein Flopper. Okay, wann war springen rein? Wo? Ach, sind wir Flopper getrunken? Ist zwischen die Steine. Habe ich was Piepen gehört? Heißt? Okay. Ne, der Fallos. Der Fallos. Der Fallos. Ja? Welche Steine? Die hier. Da links unten, wo du dadurch hochgeschleuert wirst. Zwischen diese Steine. Dazwischen. 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 Oh mein Gott, bist du dumm. Dazwischen. Oh, Steine hat geschoppt. Nice. So eine Disco. Oh, hier liegt. Hier fallen Sachen vom Himmel. Zwischen die Steine, wann? Dann kommen wir hier wieder hoch und springen zwischen die Steine. Nichts daneben. Hä? Ist doch... Aber warum? Dann fliehe ich doch in den Tod. Du. Hexler hat doch Fallschaden schon bekommen. Ja gut. Also... Hey Silent Sniper. Oh ja, habe ich auch gerade gehört, glaube ich. Er muss Snail sein. Was? Nein. Wir drei waren gerade beieinander. Wobei Silent Sniper bin jetzt sicher geführt. Doch, doch. So... Wie so ein Versuchtes Feuerzeug. Feuerzeug? Vielleicht wollte jemand Advent anmachen. Wo warst du das gescheuert? Alter. Ich habe die Fensterscheibe kaputt gemacht, um da rein zu gehen. Es fließt ja raus. Oh, da ist Snail. Ich habe geguckt, Snail ist gerade ums Haus rumgelaufen. Ich wollte euch in ein Auge behalten. Wo ist Snail? Hinterm Haus? Also ich habe ihn gerade durchs Fenster hier gesehen. Hallo. Oh oh. Ich würde sagen, wir teilen uns auf und der, der verfolgt wird, ne? Der wird vom Tee verfolgt. Okay. Ich darf nicht verfolgen, weil ich... Ja, ja. Gut. Das ist ja sowieso. Wenn ich tot bin, was wann war? Wann war? Bleib stehen. Ich verfolge dich. Ach so, jetzt kannst du vorlaufen. Lauf du vor. Mit Murken zu mir. Nicht umdrehen. Ja, ich habe nur erstmal Muni geholt. Hm. Muni Muni. Damit ich hier voll bin. 824. Ich denke immer, das wäre ein Eingang. Ja, bin ich auch. Ich glaube, es ist Snail. Ich glaube, ich kann mich nicht vorstellen, wo es ist. Snail und Navo. Warte. Ich gucke erst, bevor du... Ich werde nochmal stehen, wann war... Ne, ich gucke erst, weil nicht, dass du dann stirbst. Das wäre problematischer. Okay, hier ist nichts. Ich habe weniger Leben als du, also... Ja, aber du bist halt so der einzige Pufen. Ah, hier ist Reaper. Einzigste Leistungsziel. Ja, nicht, dass Reaper für einen Zombie-Modus hier benutzt wird, ne? Zombies mögen wir nicht. Ne. Wo ist jetzt hin? Ich bin oben. Hä? Woah! Ich werde angeschossen. Was? Wo? Direkt bei mir irgendwo. Ja, ich war's... Also, es war definitiv nicht, wann war ich. Na gut, ich wurde ja auch angeschossen, ne? Und warum solltest du schieben? Aber die Schüsse habe ich gehört, halt. Ja. Ich habe die sehr, sehr laut bei mir gehört. Ich kann nicht sagen, ob sie laut waren. Weil, ich glaube, ich habe gerade unter dir in dem Haus, ist Snell. Ja. Wo? Bei Navo. Navo steht hier auf so einem Dach und da drunter ist Snell. Ja, ist das so dick hier. Woah, oh. Snell, wie war's? Ach ja, Zeit ist oben. Ah. Komm, Rudi! Snell. Ah, wo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tschüss. 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 Tschüss.